hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge des let's paints wir sind immer noch dran an unserem bild mit dieser mysteriösen frau vielleicht weiß der ein oder andere von euch wer es ist ich glaube aber nicht wir ziehen die blöcke einfach mal zu ende durch hier sind gar keine blöcke hier ist ein block hier geht ein block weg dann müssen wir hier noch welche machen hier wird ja so die dickste stelle sein von dem ganzen gedöns block gedöns und immer schön parallel die linien zueinander dann kann eigentlich gar nichts schief laufen ich weiß auch gar nicht ob ich hier um die ecke malen werde kann alles schön brav der zukunft zeigt entscheiden übrigens schöne grüße an u2 der meinte ist das nicht ein bisschen schizophren drehen von einem zukunftszeit zu sprechen dann habe ich ihm erst mal erklärt dass das problem bei dieser ganzen geschichte ist dass ich mich von zeiten lösen muss weil ich nehme ja zu ganz anderen zeiten auf wie ihr die sachen sieht ja und wenn ich jetzt sagen wir mal heute morgen aufnehme und ich sage dann mache ich morgen dann denkt ihr das ist morgen also in der nächsten folge die ihr seht nein das kann ja sein dass ich heute noch fünf folgen aufnehme danach und dann erst ihr wisst was ich meine und ja das hat er dann auch verstanden hier dürfte eigentlich gar keine einkriegen ja gut hier unten mal so ein bisschen hier sind wir im style bereich hier haben wir auch noch mal ein bisschen blog raus so ich überlege gerade ob ich die überhaupt anskizzieren muss aber wir machen es mal einheitlich für das lp ich hoffe nur dass ich hier nachher noch durch blicke sonst müsste mir helfen wisst ihr ja was mich auch noch interessieren würde leute wenn ich jetzt mit let's paint oder ähnlichem weitermachen ist das zu viel jeden tag eine folge oder ich weiß nicht also ich glaube wenn ich so dreimal die woche nur eine folge rausbringen würde hiervon dann würde würde zu viel abstand in der zwischenzeit dazu entstehen und dann wird wahrscheinlich gar keiner mehr gucken oder die leute hätten genug zeit um zu gucken ja und sagt mir das mal bitte was was ihr da so von halte denkt etc weil für mich ist natürlich auch chilliger wenn ich nicht jeden tag raus klöppen muss weil das echt mit der produktion schwierig ist ich habe ein gutes site management aber es ist dennoch so dass ich ja noch nebenbei die tutorials drehe und viele leute wollen auch mal mit mir malen gehen und so bedeutet für mich ich habe gar kein wochenende mehr ruhe wenn ich genug let's paint habe dann muss ich tutorials nach produzieren auch jetzt gerade habe ich gerade ein tutorial im schnittprogramm liegen dieses bomben tutorial das ist wahrscheinlich schon längst draußen wenn wenn ihr das hier seht das ist das mit den fünf backgrounds folge 90 mal ein tutorial was ich sehr feier zwischendurch kommt das auch mal vor ich denke mal mit dem style mit der vorskizzierung sind wir jetzt soweit erstmal fertig alles in allem und ja jetzt muss ich mal auf die uhr schauen liebe freunde ach wir sind erst seit sechs minuten dran das ist ja easy mal gerade gucken was ich mir noch aufgeschrieben habe eigentlich gar nichts oder ich habe eigentlich alles erzählt soweit ich habe aber auch eben wenig aufgeschrieben vielen dank nochmal dass wir jetzt 4000 leute sind auch wenn es bei den let's paint natürlich viel weniger sind die gucken aber trotzdem ich freue mich immer wenn es dem channel besser geht und ja somit würde ich sagen machen sich jetzt auch langsamer die handschuhe bezahlt hier das ist noch von unserem letzten bild während ich euch das jetzt hier zeige ähm ist noch nicht mal das fertige bild draußen während ich das jetzt drehe aber naja ich finde das bild ist ganz cool geworden so wenn dieses video dann jetzt für euch draußen ist also eure zeit ja dann wisst ihr auch wie das letzte let's paint bild geworden ist ähm könnt ihr mich ja nochmal wissen lassen und natürlich auch ähm ein paar ratschläge was wir noch drehen können und vor allem was die let's paint folge 100 werden soll denn ähm wir haben noch so 24 folgen glaube ich nach dieser die wir noch machen müssen oder 23 ich weiß nicht genau ähm ja sagt dann mal bescheid ne so wir nehmen uns wieder hier acryl wieder hier äh super size me style ne so farben schwarz weiß braucht man ja immer für licht schatten die hole ich mir immer in großen tuben alles andere was bunt ist hole ich mir in kleinen tuben ok das weiß will immer wieder geschüttelt werden so und ich würde sagen leute lasst uns starten und zwar mit dem charakter ich hole mal mein handtuch so sieht das mittlerweile aus hier da nehme ich mir aber jetzt eine frische seite frisches lp frische seite sehr gut so und ich muss was weiter rüber sonst seht ihr nicht was ich tue dann muss ich mir kurz den screenshot mal aufrufen ein momentchen ok wunderschöne frau sie lebt leider nicht mehr glaube ich ja ich werde trotzdem nicht verraten wer es ist wer selber drauf kommt rein schreiben auf jeden fall ok hier haben wir jetzt wieder mal so einen stylischen 10 borsten pinsel ich guck mal gerade was der hier zu bieten hat die sind noch vom letzten lp der hier ist mir was zu dick der andere ist mir was zu dünn übte ja pferde ja jubeln um mit Jo, da bin ich auch schon wieder Mit ganz vielen Pinseln Ich muss mal gerade gucken, was wir denn verwenden Ich würde vorschlagen, wir nehmen hier so einen Hier, den kleinsten davon Wie gehst du auf, Kollege? So, dann holen wir uns die halt unten rum raus Die sind auch schön kurz Die sind so richtig Site-proof mäßig Die wissen ganz genau, sie würden von mir durchgebrochen werden So, und mit dem Und mit dem hier arbeiten wir heute So, ich tue die anderen mal ein bisschen aus dem Bild raus Und wir fangen mit dem größeren an Und zwar mit weiß trocken Für ein paar Details Ich habe das nur grob vorskizziert Trotzdem hat es über eine halbe Stunde gedauert Wären also über zwei Folgen Nur für diesen Charakter Dachte ich, ist einfach zu viel Ich will euch ja nicht langweilen Wenn ich demnächst Charakter auch vorskizzieren sollte Ich weiß gar nicht Habe ich das irgendwo schon gemacht? Ich glaube nicht Ein bisschen hier in unserem Reaktorbild Aber kann ich auch gerne machen Ist ja eure Zeit Müsst ihr entscheiden Ich fülle erstmal die weißen Flächen in dem Charakter vor Und werde auch gleich da noch die ersten Schattenbrecken mit einbauen Aber erstmal nur die weißen Stellen Damit überall schon mal Farbe liegt Das müssen wir mit der Leinwand machen Das gibt ein besseres Gesamtbild Die ganze Leinwand muss mit Farbe bedeckt sein Steht uns also bei diesem Bild auch bevor Die Seiten lasse ich wieder weg Das hatten wir ja schon besprochen Das will ich euch nicht auch noch antun Weil der seht ihr wenig Und es ist auch nochmal sehr zeitintensiv Ich versuche mich etwas zu beeilen für euch Weil das soll kein so langes LP werden Wir werden sehen Eigentlich müsste ich jetzt gleich auch schon abmoderieren Aber da ich ja eben Pinsel holen war Mitten in der Folge Und ich weiß nicht ob der Zukunftsweig das rauskattet oder nicht Ist ja nicht viel Zeit Wie da nichts passiert Hängen wir jetzt aber ein bisschen noch hinten dran Ne Jutti machen wir so oder Ja Kann ich schon meinen Achja übrigens Leute Es wird wahrscheinlich schon ein Ankündigungsvideo rausgekommen sein Oder wir haben das ganze komplett gecancelt 29.8er 3D LK Jam in Bonn Kommt vorbei Ihr könnt da zelten Ihr könnt wenn ihr euch bei mir anmeldet Eine Fläche zum Malen kriegen Die Guten können sogar auf der zweitgrößten Outdoor-Half-Pipe Europas malen Auf der ich auch malen werde So Hier sind wir noch unterwegs Das wird Hals hier unten Wie gut dass ich den Typen kenne Der das hier vorskizziert hat Das ist nämlich der Vergangenheitsseig Da macht das alles mehr Feds Das auch jetzt hier schnell nachzuarbeiten Weil der Vergangenheitsseig Mir natürlich so ein paar Infos gegeben hat Was hier was sein soll Und was was ist So Gehen wir hier nochmal durch Hier rechts Das ist so eine helle Lichtkante nochmal Licht kommt von rechts Und die hält hier so ein oldschool Telefon in der Hand Boah und ich hoffe Leute Dass mein Router da ist Wenn ich da morgen hingehe Das ist voll der Krampf Ich habe den Typen gesagt Hier liefert zu meinen Eltern bitte das Ding Weil ich bin immer arbeiten Adresse eingetragen Alles pipapo So Typ natürlich hat es voll verrafft So Dann rufe ich da an Weil nichts ankommt Und nichts ankommt Und äh Ja nö Also da ist ihre Adresse eingetragen Sie waren nicht da Nö Also Ich hasse sowas Egal was mit Internethandy Oder so ein Scheiß Und diesen Läden zu tun hat Ist immer behindert So Und erst recht kann ich euch von Eplus abraten Weil das sind die größten Spastis Die haben damals einfach meinen Handyvertrag gesperrt Obwohl ich immer bezahlt hab Und haben mir auf einmal eine 600 Euro Rechnung für SMS geschickt Dabei hatte ich eine SMS Flat Wenn du die dann angeschrieben hast So dann kam nichts zurück Erst als ich den Scheiß dann meinem Anwalt gegeben hab Hab ich auf einmal voll die fette Gutschrift von mehreren 100 Euros von denen gekriegt Also passt auf Leute Die versuchen euch heutzutage abzuzocken Wo es nur so geht So Und das finde ich echt fies Weil ich war da jahrelang Kunde Und dann so eine Scheiße Echt Base alter Würde ich im Leben nicht mehr hingehen So wir arbeiten jetzt hier noch so den einen oder anderen feinen Schatten ein Im Gesicht werde ich nur mit sehr wenig Schatten arbeiten Weil ich das Ganze mehr so überbeleuchtet halten möchte Aber so ein bisschen was Schatten muss sein So Ja so kommt er schon Natürlich Von den Haaren fällt auch ein bisschen Schatten ins Gesicht Ich guck jetzt gar nicht auf die Auf den Entwurf Auf meinen PC Das sind einfach Sachen Die müssen Das ist bei allem gleich Deswegen Brauche ich da auch nicht gucken Weil das ist Das ist halt auch das coole Wenn man öfter Charakter malt Es gibt viele Sachen Da hast du einfach immer Denselben Prozess dahinter Also so Workflow technisch Ja jetzt brauche ich mal einen dünneren Pinsel Weil ich würde sagen Wenn wir schon dabei sind Fangen wir auch direkt an Und machen noch ein bisschen Mit dem Rest weiter Leute ich sehe schon wieder Ihr habt mir nicht Bescheid gesagt Wir sind wieder drüber Wo macht ihr denn sowas immer mit mir So Also Wir zimmern jetzt das Gesicht gleich fertig Für euch ist das allerdings morgen Für mich nach einmal Stopp und Play drücken auf der Cam Geht es hier direkt weiter Und Was kommt jetzt Wie immer Danke 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 fürs Zuschauen Leute Und Ja Lasst mich wissen was ich wissen muss Sagt mir Themen Über die wir sprechen müssen Und sagt mir vor allem Wo eure Probleme liegen Und was wir beim nächsten Mal machen sollen Also ich tendiere ja Sehr sehr stark Zu einem 3D Ne Ist ja auch nicht weit hergeholt 3D LK Crew Würde gerne einen 3D für euch malen Und das hatten wir auch noch nicht Und das hatten wir auch noch nicht im LP Aber mal gucken Ich weiß ja nicht wie weit ich jetzt erstmal hier mit komme Wir machen ja erstmal eh nur 100 Folgen Dann wird es im LP eine Unterbrechung geben Und wie es dann weiter geht werden wir sehen Aber wenn es dann weiter geht Was ich befürchte Dass das passieren könnte Ne Dass es dann erstmal eine Pause gibt Wir ein bisschen abwarten Dann geht es irgendwann weiter Dann glaube ich Starte ich die zweite Staffel Direkt mit einem 3D Oder mit was richtig krassen Charaktermäßigen Und Ja Dann werden weitere 100 Folgen produziert Und dann schauen wir mal wie es läuft Und so weiter Ihr kennt das Spiel Ich sage euch danke fürs Zuschauen Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Und zwar morgen Ciao